Servus Leute, schaut euch mal das hier an. Und zwar, Österreich führt es ein, 2G überall. Das heißt, als jemand, der nicht geimpft oder genesen ist, lebt man in Österreich aktuell in einem faktischen neuen Lockdown. Denn selbst wenn man sich auf eigene Kosten testen lassen würde und nachweisen kann, dass man negativ ist, darf man jetzt nicht mehr zu Veranstaltungen, ins Kino, ins Restaurant oder selbst zum Friseur. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, an diesen Teilen des öffentlichen Lebens teilzunehmen, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Und das ist ja im Großen und Ganzen die Situation, bei der wir auch beim Lockdown im letzten Winter waren, nur halt mit dem Unterschied, dass es jetzt nur für Ungeimpfte gilt. Und die ganzen Restaurants und Friseure und Kinos und Hotels und so weiter, die haben nicht wirklich geschlossen, die haben halt nur de facto für Ungeimpfte geschlossen. Aber faktisch sind Ungeimpfte damit in einem neuen Lockdown. Und außerdem wurde laut dem Spiegel beschlossen, dass man jetzt nur noch neun Monate ab der zweiten Impfung als geimpft gilt, um die Menschen dazu zu bewegen, sich für eine Booster-Impfung zu entscheiden. Und genau das, nämlich der Lockdown für Ungeimpfte, könnte jetzt auch bald bundesweit in Deutschland kommen. In Sachsen wurde er bereits beschlossen und kommt am Montag. Das heißt, auch dort gilt fast überall 2G und damit ein faktischer Lockdown für alle, die nicht unter 2G fallen. Weil, wie gesagt, selbst mit einem negativen Test kommst du jetzt dort nicht mehr rein. Und begründet wird das alles mit den stark steigenden Inzidenzen, die in Sachsen erheblich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Also bundesweit liegt die Inzidenz bei fast 200, aber in Sachsen bei über 400. Aber blicken wir auch mal in den Norden nach Dänemark, denn es ist sehr interessant, wie die das Ganze handhaben aktuell. Denn in unserem Nachbarland Dänemark hält man an dem Freiheitskurs fest. Trotz Infektionszahlen, die wie praktisch überall, wie erwartet, in der kalten Jahreszeit deutlich steigen. Im September hatte man ja dort alle Maßnahmen aufgehoben. Das heißt, es gibt seitdem keine Maskenpflicht mehr, keine Abstandsregeln mehr, keine Covid-Pässe. Und damit natürlich auch weder 3G, noch 2G, noch 1G-Regeln. Und das alles soll sich aber auch nicht ändern, denn die Top-Epidemiologin des Landes hat jetzt wieder klargestellt, dass man keinen neuen Lockdown haben wird. Und zwar niemals wieder. Und das Ding in Dänemark ist auch, dass die Infektionszahlen in Dänemark auch deutlich ansteigen. Auch wenn sie unterhalb der Welle im letzten Winter noch sind. Also man sieht aber aktuell eindeutig eine neue Welle. Aber durch die hohe Impfquote von über 80% in Dänemark spiegelt sich das nicht in den Todeszahlen wieder. Und das ist ja der wirklich wichtige Punkt. Hier ist das Ganze mal gegenübergestellt. Die Infektionszahlen sind oben und die Todeszahlen in Dänemark sind unten. Und man sieht eindeutig, die Todeszahlen sind weiter niedrig. Also der Anstieg der Infektionszahlen spiegelt sich nicht bei den Todeszahlen wieder. Man sieht hier gar keine neue Welle. Im Gegensatz natürlich zum letzten Winter, wo hohe Infektionszahlen auch zu hohen Todeszahlen geführt haben. Also da sieht man die Wellen ganz eindeutig in beiden Statistiken. Und auch im Sommer hat man hin und wieder Anstiege der Infektionszahlen gesehen, die aber auch noch kaum einen Anstieg der Todeszahlen verursacht haben. Und das bedeutet, dass die Menschen aktuell zwar auf dem Papier positiv werden, und wir wissen ja mittlerweile eindeutig, dass sich auch geimpfte Menschen infizieren können und auch positiv getestet werden können, aber aufgrund der Immunität führt das zu einem deutlich niedrigeren Anteil bei Krankenhauseinweisungen oder im schlimmsten Fall sogar Todesfällen. Also man verringert die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Und das war ja von Anfang an der gesamte Sinn und Zweck der Impfung. Also es ging nicht darum, dass man sich nicht mehr infizieren kann oder das Virus nicht mehr verbreiten kann, sondern es ging seit Tag 1 in aller erster Linie darum, eine niedrigere Wahrscheinlichkeit zu haben, schwer zu erkranken. Und das scheint hier der Fall zu sein. Man hat hohe Infektionsraten, aber kaum einen merklichen Anstieg der Todeszahlen. Zumindest bis jetzt. Und womöglich haben bessere Behandlungsmethoden auch einen Anzahl daran. Aber das ist exakt der Grund, warum Dänemark sich jetzt bestätigt fühlt und an dem Freiheitskurs festhält. Jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und das haben dort über 80% der Menschen wahrgenommen. Und deswegen hat man eine viel bessere Ausgangssituation als im letzten Winter, wo niemand geimpft war und hohe Infektionszahlen auch zu hohen Todeszahlen geführt haben. Und aktuell führen die steigenden Infektionszahlen aber zum Glück nur noch zu einem kleineren Anteil oder einem kleineren Anstieg der Krankenhauseinweisungen und zu einem noch kleineren Anstieg der Todeszahlen. Und das ist eine gute Nachricht. Den Umständen natürlich entsprechend. So, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Peace.